Liebe Besucher, herzlich willkommen bei Digital Now, der grössten E-Business Roadshow des Landes. In einer Welt, in der sich unternehmerische Aufgaben und Prozesse durch die Digitalisierung dramatisch verändert haben, war die E-Business Roadshow der Wirtschaftskammern Österreichs bereits vor 20 Jahren Vorreiter. Unter dem Namen Telefit gastierte die Roadshow seit 1997 regelmäßig in allen neun Bundesländern. Über 500 Shows in Sachen Internet, E-Business und Telekommunikation haben Telefit zum Dauerbrenner gemacht. Mit Digital Now startet heuer die nächste Ausbaustufe, noch moderner und noch interaktiver. Die Digitalisierung hat den Unternehmeralltag in den letzten 20 Jahren von Grund auf verändert. Mit neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und neuen Wegen der Kommunikation. Laufend kommen neue Herausforderungen auf Österreichs Unternehmer zu. Digital Now ist Ihr persönliches, alljährliches Update. Egal ob es um die Außendarstellung, rechtliche Aspekte oder Sicherheitsfragen geht, wir haben Antworten für Sie. Denn die Roadshow wird von Unternehmern für Unternehmer gemacht. An diesem Abend erfahren Sie unter anderem, welch dramatische Auswirkungen es auf ein Unternehmen haben kann, wenn man Opfer von Cyberkriminellen wird. Wir zeigen Ihnen, wie Sie zu einer Förderung kommen, wenn Sie am KMU Digital Erfolgsprogramm teilnehmen, um Ihren Betrieb noch zukunftsfitter zu machen. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie Zeit, Geld und Nerven sparen können, wenn Sie die richtige Software einsetzen, um die Fülle des unternehmerischen Alltags zu bewältigen. Und wir blicken gemeinsam in die Zukunft, um Technologien von morgen schon heute kennenzulernen. Und damit nun Vorhang auf!